Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein DM-Haul. Wir haben jetzt Anfang Februar und bei uns scheint übrigens die Sonne. Es ist herrliches Wetter, aber es ist mega, mega kalt. Ich freue mich irgendwie schon auf den Frühling und ich kann es kaum noch warten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wie wild ihr auf den Frühling seid. Ich denke, wir haben genug Winter gehabt. Wir haben auch bei uns hier in NRW keinen richtigen Winter gehabt. Vielleicht einen Tag oder zwei Tage mal Schnee, aber sonst immer dieses kalte, nasse Wetter und es ist Schluss. Es ist wirklich Schluss und ich freue mich einfach. Ich kann es nicht mehr abwarten. Und es ist auch manchmal so, dass ich, wenn ich einfach in Frühlingsstimmung bin, dass ich in den DM loslaufe. In den DM loslaufe und dann schöne Sachen hole, die mir einfach die Vorfreude auf den Frühling oder die Wartezeit auf den Frühling so ein bisschen versüßen. Und diesen DM-Hall möchte ich jetzt gerne zeigen. Ja, ich weiß, ich bin ja so ein bisschen bekloppt. Ich habe ein neues Shampoo gebraucht und da habe ich eine neue Reihe entdeckt und zwar von Garnet. Garnet Fructis Hydra Aloe. Einmal das Shampoo und einmal die Spülung. Und beides ist für ein normales Haar. Feuchtigkeitsspeicher, kräftigendes Shampoo, Spendetfeuchtigkeit und Geschmeidigkeit mit pflanzlichem Glycerin und Aloe Vera. Ohne Silikone und ohne Parabene. Dann brauchte mein Mann wieder ein Shampoo und ein Duschgel. Es gibt ja bei Balea zum Beispiel, oder wie bei den meisten Marken eigentlich, ein Duschgel 3 in einem. Das heißt, Duschgel und das kann man dann auch noch für die Haare anwenden. Also quasi sehr praktisch. Aber komischerweise möchte mein Mann ein Duschgel und ein separates Shampoo haben. Ich habe leider nichts gefunden, nichts Passendes. Da habe ich aber eine Limited Edition entdeckt von Balea Man und zwar Diebfrau ist Duschgel 3 in einem. Okay, kann er dann halt für, kann er sich aussuchen, wofür er das verwendet. Auf jeden Fall habe ich ihm das mitgenommen. Es riecht wunder, wunderbar. Typischer Männerduft, der mir sehr gefällt. Und dann habe ich noch mitgenommen ein extra Shampoo von Balea Man. Fresh Shampoo pflegt und kräftig für jeden Hauttyp mit mehreren Mineralien. Ich habe mir noch mitgenommen das Balea Rasiergel Sweetberry mit Brombeeren und Holunderblüten-Duft. Und ich finde die Balea Rasiergele wunderbar. Ich nutze sie immer. Das ist jetzt auch eine Limited Edition, die habe ich noch nicht zu Hause gehabt. Deswegen habe ich sie mir mitgenommen, wobei meine Rasiergele auch schon sich dem Ende neigen. Und von daher musste das mit. Das habe ich noch mitgenommen eine LE von Balea Duschspieling Frischer Hauch für ein zartes Hautgefühl. Ein wunderbares Duschspieling mit einem ganz tollen Duft. Es riecht nach Blumenwiese, es riecht nach Frühling. Es hat einen leicht süßlichen Duft. Und ja, deswegen passend zur Frau Freide auch den Frühling. Habe ich es mitgenommen. Ich entdeckte ein Sale und zwar von Bambu. Das war reduziert. Ich glaube, hier steht irgendwas mit 4,55 Euro. Oder 4,55 Euro. Reduziert auf 2,55 Euro. Das ist ein, ja, ein Volumenbooster sozusagen. Bambu Fiberful Thickening Root Booster. Das ist ein Ansatz Volumenspray. Und bei mir ist es so, dass ich relativ viele Haare habe. Aber mein Ansatz ist ziemlich platt, wie man sieht. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Und es war im Sale und deswegen habe ich es mitgenommen. Ich habe es mitgenommen von Dresna Essenz, ein Pflegebad mit holzig-fischem Duft. Kuschelstunde. Das war reduziert, wie auch noch andere Produkte. Es ist halt Winterware und die wird jetzt abverkauft. Deswegen habe ich mir das mitgenommen. Und zusätzlich noch von Dresna Essenz, das Winterbeerenbad. Ich finde den Duft, das ist mit Beerenduft und Mandelöl. Man kann ihn einfach auch jetzt anwenden oder auch später. Es ist jetzt kein typischer Winterduft. Und es war reduziert. Deswegen muss das nicht. Und dann noch diese beiden Schätzchen. Beziehungsweise eine Sorte Dresna Essenz, Abwehrkräfte, Thymian und Honig. Und das habe ich mir zweimal geholt. Und es war auch reduziert. Auch im Sale von Essence, SOS Protect and Resist. Das ist ein Unterlack. Und da sich mein Unterlack dem Ende neigt, habe ich es mitgenommen. Und es war im Sale. Meine Kinder habe ich mitgenommen. Einmal Haarbänder. Die nutzen wir immer. Und diese kleinen Klammern. Meine Kinder haben alle lange Haare. Und meine Wenigkeit ebenfalls. Und benutzen sie ständig. Diese sind wirklich super klasse. Die haben auch keinen Metallring hier an der Seite. Und ja, die nutzen wir für unsere langen Ponys. Was ich mir noch jeden Monat mitnehme, ist, ja, das sind Kontaktlinsen. Ich bin Brillenträgerin und Kontaktlinsenträgerin. Und ich nutze immer die Monat-Kontaktlinsen von, sag schnell, von die M. Und ich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich nutze jetzt Kontaktlinsen nicht täglich, aber ab und zu, da brauche ich die einfach allein schon beim Videodreh, damit ich überhaupt sehe, ob diese Kamera richtig fokussiert. So, oder auch so sind Kontaktlinsen praktisch im Winter. Wenn man von einem Raum, von der Kälte in den einen Raum kommt, in einen warmen Raum kommt, beschlägt meine Brille sofort. Und ich finde, das ist immer so nervig. Und ja, von daher sind sie bei mir immer, immer in Reserve als Backup bei mir im Schrank. Dann habe ich mir geholt den Superstay 24 Stunden Color Lipstick von Maybelline. Und ich bin mal gespannt, ob er wirklich hält, das, was er verspricht. Was ich nicht mag an diesen Long-lasting-Lippenstiften ist einfach, dass sie zu sehr austrocknen. Und ich habe da jetzt einen anderen entdeckt. Das sind die Powerlips und die beiden möchte ich jetzt gerne miteinander vergleichen. Ja, und deswegen habe ich mir den geholt. Und zwar in der Farbe 260 Wildberry. Das ist eine bärige Farbe. Ich denke, das kann man hier so gar nicht erkennen. Aber ihr werdet das irgendwann in einem meiner nächsten Videos sehen. Möchte ich gerne diese Mascara austesten. Und zwar von Gigi Hadid. Gigi Hadid. Ich kenne die Dame nicht. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Wahrscheinlich Schauspielerin, Model, keine Ahnung. Ich glaube eher Schauspielerin. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin überhaupt nicht auf dem neuesten Stand, was Klatsch, Dratsch, Fernsehen und so weiter betrifft. Weil ich kein Fernsehen schaue. Ja, und trotzdem hat sie mich sehr angesprochen, weil sie zwei Seiten hat. Auf der einen Seite befinden sich so kleine Fiberpartikel und auf der anderen Seite dann die Farbe. Und das soll wohl die Wimpern einfach voluminöser machen oder länger. Und von daher bin ich auch hier sehr, sehr gespannt. Wenn ich reingegangen bin, dann stand da ein Regal aufgebaut, nur mit Masken. Und das ist mir so sehr aufgefallen, weil ich die Masken noch nie gesehen habe. Vielleicht gibt es ja auch schon länger, aber das ist an mir vorbeigegangen. Und zwar Masken von Misha. Misha kenne ich so nicht. Wäre mir jetzt so nicht aufgefallen, hätte ich nicht nachgesucht, wenn diese Aufsteller nicht gewesen wäre. Und ich denke, es handelt sich hier um koreanische Masken. Und warum ich die mitgenommen habe, ist, dass hier extra unten drunter stand, tierversuchsfrei. Und da steht jetzt auf diesen Masken selbst nicht drauf, glaube ich. Doch auf diesen Pappkarton, wo die Masken therapierend waren. Und deswegen habe ich mir gedacht, schaust du dir mal näher an. Und ich war so interessiert, weil diese Masken wirklich sehr individuell sind. Also es gibt Masken mit Kollagen. Einmal Masken mit Kollagen. Dann einmal Masken mit Hyaluronsäure. Propolis. Dann mit AHA und BHA. Dann einmal mit Trilagen. Lemon. Eine Honey. Und eine Pearl Mask. Und ich möchte sie einfach mal austesten, ob die wirklich so toll sind, wie sie ausschauen. Ja, ich werde es mal ausprobieren. Und dann denke ich mal, werde ich ein Video darüber drehen und vergleichen. Und von daher durften sie unbedingt mit. Ich bin da wirklich sehr, sehr neugierig. Ich habe noch was für den Haushalt. Und ich habe mitgenommen einmal Sidolin. Und Fensterputzen nutze ich eigentlich immer. Ich habe auch mal die günstigere Variante probiert. Von Denkmit zum Beispiel. Da war ich nicht so sehr zufrieden damit. Deswegen nutze ich immer Sidolin. Ich komme damit am besten klar. Und mein Sidolin ist alle. Und deswegen muss das mit. Für alle Fälle. Wenn es mal... Ich meine, ich habe drei Kinder. Und da passiert das mal schnell, dass irgendetwas, keine Ahnung, irgendetwas auf dem Boden fällt, verschüttet wird. Und ja, die nutze ich einfach für zwischendurch mal. Von Denkmit. Die feuchten Bodentücher mit Mikrofaser. Und ja, hier steht auch ideal für zwischendurch. Für alle gängigen Wischsysteme und so weiter. Und was ich mir immer kaufe, ist der General Universal Bergfrühling. Der riecht so schön sauber und frisch. Und wenn man damit über die Böden geht, beispielsweise, dann duftet das noch lange nach. Und ich kaufe es mir immer wieder nach. Und das gehört zu meinen All-Time-Favorites. Das war mein Vorfreude auf den Frühling. Warten auf den Frühling. Wartezeit im Winter über Brücken. Hall. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.